Hallo und herzlich willkommen zu diesem Excel-Tutorial. Ich bin Jamie von Jamies Code und in diesem Video werden wir einen Finanzhaushaltsplaner in Excel erstellen. Das Besondere an diesem Haushaltsplaner ist, dass er wirklich super einfach nachzubauen ist. Das heißt, er eignet sich auch für Anfänger und ihr könnt mit ihm arbeiten, egal welche Excel-Version ihr nutzt. Auf YouTube findet man ja mittlerweile eine ganze Reihe an Haushaltsplanern. Dieser zeichnet sich allerdings dadurch aus, dass er sich nur auf das Wesentliche fokussiert und dadurch schnell und einfach nachzubauen ist. Ich werde jetzt gleich Schritt für Schritt zeigen, wie dieser Haushaltsplaner erstellt wird. Ihr habt aber auch die Möglichkeit, euch die Vorlage kostenlos von meiner Webseite herunterzuladen. Den Link dazu findet ich hier oben in der Ecke oder unten in der Videobeschreibung. Bevor wir jetzt mit dem Video starten, würde ich mich darüber freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lasst und diesen Kanal abonniert. So verpasst ihr auch kein weiteres Video mehr. Also dann, lasst uns jetzt keine Zeit verlieren und starten. Ich wünsche euch viel Spaß beim Video. Los geht's! Als erstes werde ich dieses Tabellenblatt hier umbenennen und weil es sich hier um die Eingabe handelt, nenne ich es Eingabe. Dann habe ich hier rechts verschiedene Kategorien und immer dazu den Typ, also ob es sich um eine Einnahme oder eine Ausgabe handelt. Und da ich aus diesen Kategorien gleich ein Dropdown-Feld erzeugen möchte für die eigentliche Eingabetabelle, werde ich diesen Bereich erstmal in eine intelligente Tabelle umwandeln. Also STRG T auf der Tastatur klicken, aktiviere das Feld Tabelle an Überschriften und bestätige mit OK. Das Schöne ist, dass diese Tabelle jetzt automatisch erweiterbar ist. Das heißt, wenn ich in die nächste freie Zeile gehe und hier eine neue Kategorie hinzufüge, so wie jetzt hier Schuldentilgung und dieser auch ein Typ zuweise, erweitert sich automatisch dieser Bereich. Und jetzt kann ich anfangen, die eigentliche Eingabetabelle zu füllen. Als erstes trage ich hier einfach mal ein Datum ein und im nächsten Feld soll dann der Monat drin stehen und das brauchen wir gleich für unser Dashboard. Hier verwende ich die Funktion Monat, übergebe dann das Datum und bekomme dann eine Zeit zurück, je nachdem welcher Monat gerade ist. In der Spalte Kategorie werde ich das Dropdown-Feld erzeugen. Dafür klicke ich hier in die Zelle, gehe auf Daten, Datentools, Datenüberprüfung und hier möchte ich jetzt nicht jeden Wert zulassen, sondern eine Liste und übergebe jetzt hier meine Kategorien. Beim Typ möchte ich jetzt wissen, ob es sich um eine Einnahme oder eine Ausgabe handelt und das werde ich mit einem X-Verweis aus der Kategorientabelle holen. Wenn ihr den X-Verweis nicht habt, könnte ich hier an dieser Stelle auch gerne den S-Verweis verwenden. Also X-Verweis, ich suche nach der Kategorie, also in diesem Fall jetzt den Wohnkosten in der Spalte Kategorie und ich möchte den Typ zurückbekommen, kann die Klammer schließen und bekomme jetzt hier ganz richtig Ausgabe zurück. Für den Betrag kann ich hier einfach einen beliebigen Betrag eintragen und das Feld Bemerkung ist auch ein Freitagsfeld, hier kann ich einfach eintragen, was ich möchte. Mit STRG-T wandle ich diesen Bereich jetzt in eine intelligente Tabelle um und werde jetzt hier einige Formatierungen vornehmen. Als erstes werde ich das Datum anders formatieren und zwar wähle ich dafür hier das Datum kurz aus und außerdem soll der Betrag als Währung dargestellt werden und hier entferne ich noch die Nachkommastellen. Jetzt kann ich einfach in die nächste freie Zeile gehen und eine Eintragung vornehmen und schon erweitert sich dann die intelligente Tabelle mit allen Formatierungen und natürlich auch mit dem Dropdown-Feld. Und jetzt werde ich nochmal einige Daten einfügen, um das Ganze ein bisschen anschaulicher zu machen und dann sehen wir uns gleich wieder. Ich habe jetzt hier einige Beispieldaten eingefügt und genauso wie die Eingabe-Tabelle erweiterbar ist, ist auch die Kategorien-Tabelle erweiterbar. Dafür muss ich auch einfach in der nächsten freien Zeile eine Eintragung vornehmen und nicht vergessen immer einen Typ zu weisen und schon kann ich sie hier im Dropdown-Feld der Kategorien wiederfinden. Und dann können wir jetzt auch schon in unser Dashboard gehen. Dafür erstelle ich ein neues Tabellenblatt und benenne das auch gleich um. Und dann trage ich schon mal die Überschriften ein. Einnahmen, Ausgaben und Ersparnisse. Und hier dann die Monate. Hier trage ich den 1.1. und den 1.2. ein und kopiere dann die Datenreihe bis in den Dezember. Ich möchte, dass hier allerdings jetzt nur die Monate angezeigt werden und dafür ändere ich das Zahlenformat, gehe jetzt hier auf weitere Zahlenformate und beim benutzerdefinierten Zahlenformat gebe ich hier viermal das große M ein. Und schon werden hier nur die Monate dargestellt. Um diese Spalte jetzt auszufüllen, verwende ich die Summe-Wenns-Funktion. Als erstes übergebe ich den Bereich, der aufsummiert werden soll. In unserem Fall hier die Spalte Betrag. Dann den ersten Kriterienbereich. Und das ist hier die Spalte Monat. Und das Suchkriterium, das befindet sich in unserer Eingabe. Und hier bestimme ich mit der Funktion Monat. Den Monat hier. Anschließend kann ich dann den nächsten Kriterienbereich übergeben. Der befindet sich wieder in der Eingabe und zwar hier beim Typ. Und das Suchkriterium ist die Überschrift unserer Eingabetabelle, nämlich Einnahmen. Und diesen Wert fixiere ich noch durch das Drücken von F4. Dann kann ich hier auch schon die Klammer schließen, mit Enter bestätigen. Und schon werden die Einnahmen hier richtig aufsummiert. Dann kopiere ich diese ganze Funktion mit STRG-C. Gehe dann in die Ausgaben und füge den Wert hier ein. Und an dieser Stelle muss ich jetzt einfach nur hier die Einnahmen zur Ausgaben wechseln. Und dafür kann ich einfach mit gedrückter Maustaste dieses rote Feld einfach rüberziehen. Und für die Ersparnisse ziehe ich einfach von den Einnahmen die Ausgaben ab. Und auch diese Formel kopiere ich bis ganz nach unten. So, dann haben wir diese Tabelle auch schon ausgefüllt. Werde die jetzt noch als Währung formatieren. Die Nachkommastellen entfernen. Und kann dann hier unten die Gesamtzeile eintragen. Hier nutze ich ganz einfach die Summe-Funktion, um alle Eingaben aufzusummieren. Und diese Formel kann ich natürlich auch hier rüberziehen und habe dann auch die Ausgaben und die Ersparnisse aufsummiert. Und hier möchte ich jetzt pro Kategorie darstellen, wie viel ich eingenommen bzw. ausgegeben habe. Dafür benötige ich jetzt hier in dieser Spalte alle Einnahmekategorien. Und diese hole ich mir mit der Filterfunktion. Als erstes übergebe ich hier die Matrix, die ich bekommen möchte. Also hier die Kategorie und ich möchte alles einschließen, wo der Typ gleich den Einnahmen ist. Und hier kann ich die Überschrift übergeben. Und schon bekomme ich jetzt hier alle Einnahmekategorien zurück. Und kann jetzt hier mit der Summe-Wenn-Funktion alle dazugehörigen Beträge aufsummieren. Hier übergebe ich jetzt erstmal den Kriterienbereich. Also hier die Kategorien. Und das Suchkriterium ist natürlich hier unsere Einnahmekategorie. Und jetzt setze ich hier noch das Raute-Symbol dahinter, weil es sich bei dieser Spalte um das Ergebnis der Filterfunktion handelt und somit um ein dynamisches Array, kann ich dieses Symbol verwenden, um die Funktion für jeden Wert dieses Arrays anzuwenden. Unabhängig davon, wie lang das Ergebnis Array dann tatsächlich ist. Und dann übergebe ich jetzt nur noch den Bereich, der aufsummiert werden soll, in unserem Fall die Beträge. Und habe jetzt somit alle Einnahmen bestimmt. Diese Werte werde ich jetzt noch als Werbung formatieren und die Nachkommastellen entfernen. Und genau das Gleiche müssen wir jetzt auch für die Ausgaben machen. Falls ihr die Filterfunktion nicht verwendet, werde ich jetzt einmal an den Ausgaben zeigen, wie man es sonst machen kann. Dafür geht ihr jetzt einfach auf die Eingabe und kopiert hier ganz einfach manuell alle Ausgaben mit STRG-C und fügt sie dann mit STRG-V hier ein. Und anschließend verwenden wir ganz einfach die Summe-Wenn-Funktion, um die Beträge hier aufzusummieren. Als erstes wieder den Kriterienbereich übergeben, also die Kategorien. Das Suchkriterium ist dann hier die Ausgabenkategorie und der Bereich, der aufsummiert werden soll, ist der Betrag. Dann kann ich die Formel hier runter kopieren. Und auch hier als Werbung formatieren und die Nachkommastellen entfernen. Wenn ihr die Möglichkeit habt, würde ich euch aber empfehlen, die Filterfunktion zu verwenden. Und ich zeige euch jetzt auch warum. Ich werde jetzt hier bei den Kategorien eine neue Einnahmekategorie hinzufügen und eine neue Ausgabekategorie. Und wenn ich jetzt auf mein Dashboard zurückgehe, werden wir feststellen, dass hier bei den Einnahmen die neue Kategorie vorhanden ist. Bei den Ausgaben allerdings nicht. Also die Filterfunktion ist an dieser Stelle viel dynamischer. Es geht allerdings auch ohne. Da müsstet ihr die Dinge dann aber manuell eintragen. Dann werde ich die Überschriften jetzt formatieren. Erstmal hier verbinden und zentrieren. Und dann grün auswählen. Die Ausgaben auch. Hier wähle ich dann eine rote Füllung aus. Für diese Überschriften wähle ich einen dunkelblauen Hintergrund. Und zentriere sie noch. Dann wähle ich mit gedrückter Steuerungstaste alle Überschriften aus. Und mache die Schrift weiß und fett. Dann gehen wir mal zur Ergebniszeile. Hier soll gesamt rechtsbündig dargestellt werden. Und die Ergebnisse fett. Außerdem wähle ich hier eine Rahmenlinie aus. Und zwar zwei unten und eine oben. Dann fügen wir die Gesamtüberschrift hinzu. Dafür wähle ich jetzt hier den Bereich aus. Und wähle auch dunkelblau als Hintergrundfarbe und weiß als Schriftfarbe aus. Und trage jetzt hier die Überschrift ein. Meine Finanzen. Die Schrift mache ich auch ein bisschen größer. Und fett. Dann werde ich die Gitternetzlinien ausblenden. Und trage dann hier noch das aktuelle Datum ein. Und das mache ich mit der Heute-Funktion. So habt ihr in diesem Feld immer das aktuelle Datum. Dann werde ich jetzt die Datenbalken einfügen. Also alle Einnahmen auswählen. Auf Start bedingte Formatierung. Und hier wähle ich jetzt bei Datenbalken diese grünen Balken aus. Und für die Ausgaben mache ich das ganz genauso. Hier wähle ich dann die roten Datenbalken aus. Und für die Ersparnisse den gelben Balken. Jetzt ziehe ich die Spalten nochmal ein bisschen größer. So wird alles ein bisschen deutlicher. Hier dieses Wort. Das kann ich auch noch fett darstellen. Und dann füge ich hier eine Linie ein. Dafür wähle ich den Bereich aus. Gehe auf weitere Rahmenlinien. Und hier möchte ich so eine fette Linie haben. In dunkelblau. Und nur unten. Um diesen Bereich ein bisschen abzutrennen. Und hier werde ich jetzt das Diagramm einfügen. Und dafür wähle ich jetzt alle Monate und die Einnahmen und Ausgaben mit Überschrift aus. Gehe dann auf Einfügen. Und füge ich hier so ein Balkendiagramm ein. Dann wähle ich mit einem Klick die erste Datenreihe aus. Mache einen Rechtsklick. Datenreihen formatieren. Und hier wähle ich jetzt eine neue Füllfarbe aus. Also einfarbige Füllung. Und hier soll grün ausgewählt werden. Und für die Ausgaben möchte ich auch eine neue Füllfarbe. Und zwar rot. Dann werde ich jetzt noch den Diagrammtitel entfernen. Und die Gitternetzlinien. Mit einem Rechtsklick. Gehe ich dann auf Diagrammbereich formatieren. Und wähle ich hier eine neue Rahmenfarbe aus. Und zwar dunkelblau. Dann platziere ich das Diagramm hier unten. Und ziehe es noch größer. So, dann noch die erste und die letzte Spalte ein bisschen schmaler ziehen. Und dann sind wir auch schon fertig. Und alles, was ihr dann hier in der Eingabe eintragt, aktualisiert dann automatisch dieses Dashboard hier. Das heißt, ihr müsst hier keinen extra Knopf oder ähnliches drücken. Das heißt, ihr müsst hier in der Eingabe eintragt, aktualisiert dann auf der Eingabe.